Ich veröffentliche endlich, was ich am Grunde des mysteriösen Türkisen Rings inmitten des verlassenen Gebirgsees gefunden habe. Ich bin mit diesem Fremden raus und nachdem wir diesen eigenartigen Breitsack entdeckt haben, hat er mir geholfen etwas aufzutauchen, weil mir vier Meter zu tief waren. Nach dem zweiten Anlauf hat es auch geklappt etwas Türkises hochzuholen und Leute, das war richtig ekelhaft stinkend. Ich glaube Schwefel und leicht bläulich und das muss der Grund sein.